Frech und zünftig klopfen sie sich auf die Schenkel. Urik verspricht es genauso zu werden, zum 10-jährigen Jubiläum der Volkstanzgruppe Steinerkirchen. Nicht alles soll sich um diese Tänzer drehen. Sieben weitere Gruppen haben sie deswegen in ihren Kreis hineingenommen für die erste Steinerkirchner Gstanzelnacht. Am Samstag wird ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Steinerkirchen getanzt, Stanzel gesungen und geplattelt. Details gibt es beim ORF-Oberösterreich-Kundenservice unter 0732-666-952 und im Internet unter ooe.orf.at. Am Samstag, am Sonntag, da laden wir euch ein, könnt ihr endlich mal fortgehen und lustig grad sein. Ganz meine Red, da habe ich keinen Senf mehr zum Hinzufügen. Genießen Sie einfach Ihr Wochenende. Also, da bin ich noch ein, könnt ihr euch an, könnt ihr euch weitergeben.